James Bond James Bond, der Geheimordent seiner Majestät, hatte sie alle, die schönsten Frauen der Welt lagen nur nur sieben zu Füßen. Doch einer schönen Britin war seine erste. Am Freitag verstarb das erste, Bond Girl, die britische Schauspielerin Eunice Gyson, im Alter von 90 Jahren in London. Die Nachricht über ihren Tod erschien am Samstag auf ihrem offiziellen Twitter-Konto. In dem Tweet heißt es, voll Trauer haben wir erfahren, dass unsere liebe Eunice am 8. Juni verstorben ist. Eine außergewöhnliche Dame, die einen bleibenden Eindruck bei jedem hinterließ, der sie traf. Wir werden sie sehr vermissen. Gyson spielte die, Bond, geliebte Sylvia Trench neben Sean Connolly, 87, in der Hauptrolle des Geheimagenten in, James Bond, 007, Dr. No, 1962, und, Liebesgrüße aus Moskau, 1963. Laut einem Bericht der BBC war sie das einzige, Bond Girl, das in zwei Filmen auftrat. In ihrer Rolle als Sylvia Trench legte Gyson den Grundstein für den wohlbekanntesten Satz der, James Bond, Filme. In einer Szene aus 007, Dark Dr. No, begegnen sich Trench und Bond im Casino. Bei einem Kartenspiel sagt Bond, ich bewundere ihren Mut, Miss, wie? Ihre Antwort, Trench, Sylvia Trench, nimmt Bond zum Vorbild und stellt sich auf dieselbe Weise vor, mein Name ist Bond, James Bond. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.